Wir kriegen erstmal Gebrüßungsgeld und dann machen André und Icke, also wir verkaufen erstmal so Bier und er klaut irgendwelche Zigaretten von Wendermesen und verkauft die. Damit haben wir schon mal ein bisschen Geld und irgendwann geht es dann über, dass Mischa und Icke so ein bisschen Straßenmusik machen. Und mit der Straßenmusik dann in, damals gab es so Tagesbars, Moza, Ba, Di, Das, Ha, Ba, Donners, Brand, Da ist ein Dachbar. Und wir treten in der Dienstagsbar auf und machen damit schon mal so die erste Knete auch.